Die Menschen fürchten sich vor Wundern. Sie haben Angst davor. Hast du Angst? Ja. Brauchst du nicht, das Nichts zu verlieren. Stehen bleiben! Man hat einen Jungen gebracht. Hilf mir! Er wurde angeschossen. Und dann ist was mit ihm passiert. Und wenn du für mich arbeitest mit deinem außergewöhnlichen Talent, dann helfe ich dir, von hier wegzukommen. Mein Sohn! Ein ehemaliger Mitarbeiter hat einen Flüchtling aus dem Bus betreut. Geben Sie mir drei Tage und ich bringe ihn zurück. Einverstanden. Aber ich will nichts mehr davon hören. Wach auf! Wach auf! Wir müssen weg von hier! Mit diesem Jungen stimmt was nicht. Wen suchst du? Mein Vater! Vermisst du ihn? Er fehlt mir. Weißt du, wo dein Vater ist? Er hat dich verlassen! Nein! Gibt es einen Ort, wo man sicher ist? Vor den Wunden der Weltgeschichte bist du nirgendwo sicher. Wieso bist du noch am Leben? Du hast eine Bestimmung und ich habe eine Bestimmung. Was passdienst! kamenesse! Ich bin, also, wir haben einen Otten, weißt du gern. Genau! Werfen?